Hi, heute zeige ich euch, wie wir Zuschläge wie Nachtzuschläge oder Feiertagszuschläge für die Lohnbuchhaltung vorbereiten. Dazu erstelle ich hier gerade mal eine automatische Abrechnung für eine Festgehaltskraft mit 2000 Euro zum Beispiel. Danach definiere ich hier, welchen Zuschlag ich möchte, in dem Fall Feiertag und Nachtzuschlag. Diese automatische Abrechnung kann ich mir jetzt als CSV für mein Lohnabrechnungsprogramm exportieren. So einfach geht's. Ciao! Euer Patrik.